Schreie hallen durch das Haus. Wir haben Gänsehaut und wissen nicht, was uns erwartet. June sitzt jetzt am Mäuschen und darf sich mal umsehen. Als Chantalle. Als Chantalle, genau. So, wir schauen lieber nach. Wahrscheinlich müssen wir jetzt aber erst irgendwas... Dann geht die Tür auf. Suchen. Oh, oh, oh. Um Himmels Willen! Grendel, mach auf! Wer hat das getan? Was ist hier los? Was ist das auf seiner Brust? Haare. Blut. Achso. Kot. Wie kacke. Ich will keine Kacke suchen. Objekte können in Schubladen, hinter Türen oder in geheimen Fächern versteckt sein. Da ist mein Lila. Wir sammeln erst mal Augäpfel. Da guckt mal ein Hund. Ein Hundi, Hundi. Wuh, 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 wuh. Oh, das sieht ja aus wie unser früher. Da unten vielleicht? Nein. Ja. Ist das auch ein Augäpfel? Nee, aber das ist der Kot. Oh. Verdammt, wir waren noch nicht fertig. Das ist meine Spieluhr. Das Schloss muss ich mir genauer ansehen. Ja, dann zeige ich mal her. Hast du dir den Kot gemerkt? Nee, da stand kein Kot. Doch. Der wurde kurz eingeblendet, aber ich habe null darauf geachtet. Holy crap. Ich drücke mal hier, was für Kot einheben. Können wir nicht in den Rucksack gucken, ob wir irgendwas gefunden haben? Nee. Ja, da richtig viel drin. Scheiße. Kann ich nicht. Noch mal zurück. Scheiße, ich habe nicht darauf geachtet. Warum steht der jetzt in 2? Achso, Schlüssel, Code eingeben. Das Schlüssel haben wir ja auch noch nicht. Muss doch irgendwie zurück können. Nee. Mach einfach mal. 1, 2, 6, 4 war am Schlagzimmer versteckt. Also 1. Oh, was ist das? 1, 2, 6, 4. Warum ging da noch was? 4. Schlüssel. Check. Na ja, Invertar-Gegenstand. Schlüssel. War es das, was ihr mir zeigen wolltet? Aber wofür ist der Schlüssel? Augöpfe suchen. Nein, das ist eine Katze. Achso, das ist doch eine Riesenkatze. Ich glaube, du kannst es sowieso erst wieder suchen, wenn... Achst! Augäpfel. Hey, mini. Na, vielleicht sind jetzt hier auch nicht alle. Da hat irgendwas geborgen. Der war aber riesig. Was ist das denn? Ah, auch ein Augäpfel. 7 haben wir jetzt. Was zählt das auch als Augäpfel? Nee, da habe ich schon draufgekriegt. Aber das ist doch auch ein Augäpfel, auch wenn es eine Katze ist. So. Was ist denn mit seinem Auge? Ich habe gerade den Hund ausprobiert, aber der ging auch nicht. Da blinzelt aber was. Ja, da war er. Leck mich doch am Popo. Nicht bei den Schokoladenpreisen. So, wir suchen. 9 von 10. Ah, toll. Wir suchen ja auch noch andere Sachen. Ein Kissen. Da hat auch was geblunken gerade. Ja. Ja, Fächer. Nee, doch, ist das der Fächer? Nee, warte mal. Fächer war doch hier irgendwo. Oder auch nicht. Der war vorher in dem anderen Zimmer. Der war vorher in dem anderen Zimmer. Mantel, Blatt, Herrenportemonnaie, König. Ach du Scheiße. Skorpion. Schirm. Ha, na, mal hin. Weißt du, das ist ein verstörendes Bild, was da an der Wand hängt. Herrenkrabatte? Nee, Herrenportemonnaie. Portemonnaie brauchen wir ja irgendwie und ein Kissen. Aber das ist schon schwieriger als das letzte Mal, weil ein Gürtel liegt hier. Uhr. Hier ist ein König. Uhr hat er am Handgelenk. Nee, das ist aber die falsche. Ach so, hier hängt auch eine Uhr. Ja, nehmen wir doch die. Pistole. Das können sich ja auch in den Schubladen zusammenbefinden. Oh. Was war das? Tagebuch. Fernglas. Hier steht noch ein komischer LKW. Egal. Kleiderbügel. Oh. Kleiderbügel. Da hängt das Kleid dran. Nee. Da, Herrenportemonnaie. Bürste ist da. Haben wir noch einen Mantel oder sowas? Ja, Mantel. Stiefel, Stift, 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 Wett, Baseballmütze, da. Ach so, die hatte ich nicht mitgehört. Schwert. Äh, Schwert hat, genau. Hat irgendwo gesteckt. Ja. Das habe ich auch gesehen schon. Hier ist noch ein Kussbund oder sowas? Pferdlas, Pistole, Kissen. Hier ist der Fächer. Hahaha. Das ist so ein Haar-Dingsbums. So kam, ja. Kleiderbügel. Blattkissen. Stift. Na, Kissen haben wir ja hier einige. Gah. Was ist das denn hier alles? Taschentücher, Schuhe, Champagnerflasche, Kissen, Blatt, ist hier nur ein Drachen und eine Tasche? Ih, guck mal hier. Uuuh. Der hat eingepullert. Mhm. Was war das jetzt? Das Kissen, glaube ich. Ja. Ja. Fernglas, Skorpion. Was ist das denn hier? Nichts. Ja, guck mal, das ist, glaube ich, Fernglas oder auch nicht. Nee, nicht so schnicklig. Skorpion. Was ist denn das hier oben? Ist auch irgendwas. Das ist ein Schal. Der Skorpion sind bestimmt irgendwo. Federkiel, könnte das das sein? Das da? Was soll man das war? Der Federkiel. Kleiderbügel. Stift. Kleiderbügel. Fernglas. Ah. Mal ein bisschen aufräumen hier. Was geht das auf? Ja. Pistole. Jetzt mal ran zum Dorsocken. Brauchen wir nicht zufällig, ne? Geht ihr auf? Ah, Stift. Und Blatt. Und Blatt. Ne. Geht mir wieder zu. Sicherlich? Ne. 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 Was ist denn das da vielleicht? Ne. Ich hab keine Ahnung, was für ein Blatt. Ein Stift? Stift haben wir ja. Also Stift haben wir Skorpion brauchen, weil jetzt noch was für ein Skorpion. Skorpion könnte auch dieses Zeichen sein. Ja, genau. Vom, äh, wie heißt das gleich? Sternzeichen. So heißt das. Das, was ich bin. Oder hier sowas halt, was irgendwo drauf ist. Aber das ist kein Skorpion. Hier ist auf jeden Fall eine Schlange. Guck mal. Oh, oh. Was bringt das? Das war wohl der Skorpion. Ah ja. Ich hab ein bisschen das Gefühl, uns fehlt ein Stück, ähm, Bildschirm sozusagen. Ne, ich glaube, das ist Absicht. Oder meinen die das Spiel Blatt? Ne, meinen die auch nicht. Okay. Hätte ja auch sein können. Blatt. Aber da waren sie ja auch nichts nochmal. Aber das ist anscheinend für später relevant. Die geht nämlich nicht gleich nochmal zu. Ja. Blatt. Blatt. Gut. Ja, sag mal. Was für ein Blatt. Da steht ne Büste. Oh, das ist aber ein Kleid. Buch. Das ist doch aber eine Servierte, was vor dem Buch liegt, oder? Das habe ich auch. Oder habe ich schon angeklickt, ja. Blatt. Blatt. Oder meinen die ein Blatt vom Baum? Ach so. Das kannst du auch haben. Aber was ist das denn? Was ist denn das hier? Nix. Nix. Das ist auf jeden Fall schon. Hier! Oh, das wäre ja schon mal ein Schmetterling fürs nächste Mal. Ja. Chian. Soll es irgendwie Cain heißen, oder so? Cain wäre ja andersrum, oder? Ja. Ah. Ah. Oh. Oh, da ist sie wieder. Hoch. Un. Mö. Mö. Lich. Unmö. Mö. Lich. Ah. Die gute Uhr, die war teuer. Na toll. Wie kann der Geist die umwerfen? Moment. Was sage ich da? Dreh ich jetzt durch? Der Schlüssel scheint zu passen. Das ist mehr als ein Zufall. Welcher Schlüssel? Den wir im Inventar haben. Um ein Objekt zu verwenden... Um ein Objekt zu verwenden, klicken Sie auf den Rucksack und ziehen Sie ihn in die Szene. Bitte klicken Sie auf den Rucksack und ziehen Sie den Schlüssel auf das Schlüsselloch. Rucksack. Schlüssel. Schlüsselloch. Schlüsselloch. Hui. Philofax. Oder auch Terminplaner. Eintrag in Grendels Tagebuch. Was habe ich nur getan? Ich habe... Achso, das ist ja er, wa? Was habe ich nur getan? Ich habe das Leben meiner Frau mit meinen eigenen Händen genommen. Sie sagten, sie haben mich betrogen. Und ich glaubte ihnen. Aber ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Sie haben mich hintergangen. Aber warum? Und wem kann ich noch vertrauen? Nur uns? Jo. Chian. Grendel hat eine Beer getötet. Wie konnte er? Also darum war er so aufgebracht. Und wer sind Sie? Zebra? Ach nee, ist ein Tiger. Ich wollte aber auch schon kennen. Das da ist ein Zebra. Uah, ist kaputt. Uah. Aha. Tiger. Warte mal, warte mal. Was ist denn? Das ist doch wieder so ein Spezial-Dingsbums. Eier. Und da. Wir suchen diesmal Eier. Ich freue mich, dass es besonders. Und da. Und da oben. Gut. Äh. Ich habe auch noch eins gefunden. Da hat es gerade geblunktet. Ne, da, da. Da. Genau. Das war aber fies. Das ist nicht eins, oder? Nö. Nö. Elefant. Den hatten wir aber gerade. Der war da hinter dem Kissen. Uhu. Da ist noch ein Ei. Wir haben neun. Neun. Hm. Nun gut. Erstmal weiter gucken wir. Schachspiel. Staubwedel. Da ist noch ein Ei. Da hat es gerade wieder geblinkt. Ich habe es nicht selbstständig gesehen. Versandrolle. Moment. Die habe ich da schon gesehen. Jo. Messer. Ist das ein Messer? Jo. Ne. Ne. Das ist wahrscheinlich ein Brieföffner. Ich habe hier einen Stift in meinem Büro. Ne. Spazierstops. Patronenhülse. Zeitung. Das ist da. Aber da. Tatsächlich. Buchstabe E. Das ist das Schieber. So viel steht schon mal fest. Das Garabeus. Messer. Schachspiel. Ja, das habe ich auch schon gesucht. Geigenbogen. Also da ist die Geige. Hier. Ist das der Spazierstock? Das ist der Geigenbogen. Das könnte der Spazierstock sein. Ja. Venus-Statue. Ne. Das war die falsche. Vielleicht die da nie ist. Aber das ist irgendwas Ägyptisches. Ja. Und das ist... Was liegt unter dem Kesschen? Schieber. Irgendwas. Zeitung. Achso. Das war übrigens nicht der Spazierstock. Das war was anderes. Ne. Kandelaba. Und hier ist eine Fischgräte. Wo ist denn Kerzenständer? Ich weiß nicht. Was ist das denn hier? Das hier ist ein Kerzenständer. Schlagspiel. Was ist das denn hier? Schloss. Zorro-Maske. Ah, habe ich irgendwo gesehen. Verdammt, ich noch eins. Spazierstock. Da ist er. Diesmal aber wirklich. Göttin Kali. Venus-Statue. Ich sehe nur die. Die. Aber wieso ist die das nicht? Und die. Die ist halt offensichtlich nicht. Was ist das denn da? Ich sehe noch so einen Falken. Buchstabe E. Da ist der Buchstabe E. Oh Gott. Da ist E. Sehr gut. Brille. Brille. Ist hier ein Kleiderbügel? Da ist eine Banane. Was ist denn das da? Nichts. Skarabeus. Da ist die Brille. Da ist die Brille. Messer. Messer. Zorro-Maske-Venus-Statue. Oh Gott. Messer. Hier oben ist noch eine Statue. Die ist es aber auch nicht. Oh, hier wäre noch eine Brieföffnung. Nee, das ist das Messer. Nee, das Messer hatte ich gerade hier oben aus dem Gemälde gezogen. Venus-Statue, Zorro-Maske. Zorro-Maske. Die habe ich aber schon irgendwo gesehen. Was ist denn eine Zorro-Maske? So ein schwarzes Ding oder was? Ja, ach, hier hängt sie doch. Skarabeus. Ist das nicht der hier, die irgendwas was hier liegt? Also hier unten ist eine Fischgeräte. Ja, die habe ich auch gesehen. Venus-Statue. Da! Da ist die Venus! Da ist sie, die Venus. Sehr gut. Jetzt bauen wir noch den Skarabeus. Ist der hier auf dem Kopf zufällig? Nee. Weil ich da sein könnte. Da passt ja so nichts. Also da ist sie eine Spinne? Nicht, dass die das verwechseln. Ja. Was ist denn das hier? Ach, anscheinend. Der Skarabeus. Ja, die Drogen. Sie nehmen Besitz von uns. Aber dieses Wimmelbild. Diesmal hast du mit Ava angefangen. Hattet. Verdammt. Noch eins. Trotzdem dieses Wimmelbild darfst du in der nächsten Folge machen. Mach ich gerne. Bis dann.